Heute sind wir in Rodrigo, ich mache eine Lehre als Volleybauer bei Valo. Ich zeige euch heute meinen Beruf. Kommen Sie einfach mit. In der Lehre als Volleybauer musst du motiviert sein und körperlich arbeiten. Ich habe gerade jetzt Kübel genommen mit Kursersfall drin und meine Kollegen gestrichen. Beim Streichen muss ich genau arbeiten, dass die Oberfläche gerade bleibt. Bei Valo gefällt mir das Team in die Atmosphäre. Gut, wir sind jetzt am Ende. Ich glaube, es hat euch gefallen. Und ja, bewertet euch heute als Volleybauer bei Valo.